hi guys es ist vollbracht nachdem die kamera ausgefallen ist gibt es nur zwei drei fotos aber wie man sieht rahmen stücke vorne sind dran oder hinten alles fertig geschweißt die hinteren aufhängungen von der federaum die autorega die habe ich nur teilweise ersetzt alles ist grundiert und jetzt wird das ganze nass geschliffen damit zum lackiert vorbereitet wird heute wird lackiert es ist irgendwie totales super hochgefühl sowas endlich komme ich dorthin wo ich vor drei monats schon sein wollte weil ich den rahmen gar nicht so rechnen wollte aber das beste ist macht das was sein muss und ein bissel mehr so bis gleich ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020